Er stand neulich an der Kasse und wurde gefragt, sammeln sie treue Punkte, dann hat er gesagt, nein, normalerweise laufe ich im Park und sammle Sachen, die andere Menschen für wertlos erachten. Im Gesellschaftsmüll, was man da alles findet, verwertbare Werte, bemerkenswert skurril, wieder verwertbare Werte vom Wertstoffhof. Wer sie zu schätzen weiß, hat das ganz große Los, sie gerecht zu verteilen, pünktlich treu und mit Fleiß. Allgemein sehr wichtig, als Wertverlust ausgleich, Werte maßstabsgetreu und einsatzbereit, für ein wertvolles Leben mit mehr Menschlichkeit. Er ging lächelnd aus dem Laden und dachte sogleich, ich hab zwar keine Schätze und doch bin ich reich, denn kurioserweise finden sich in Shopping-Paradiesen als Freundschaftswerbung zum Genießen. Lebendige Werte als Treue bunt getarnt, verdrehbare Werte, erstrebenswert cool, erstrebenswert cool, wieder verwertbare Werte vom Wertstoffhof. Wer sie zu schätzen weiß, hat das ganz große Los, sie gerecht zu verteilen, pünktlich treu und mit Fleiß. Allgemein sehr wichtig, als Wertverlust ausgleich, Werte maßstabsgetreu und einsatzbereit, für ein wertvolles Leben mit mehr Menschlichkeit. Was ist nun am Ende die Moral von der Geschichte? Mache niemals nie deine Werte zunichte. Sei mit Achtsamkeit verwöhnt und mit Ehrlichkeit gekrönt, mit Liebe respektvoll belohnt. Wieder verwertbare Werte vom Wertstoffhof. Wer sie zu schätzen weiß, hat das ganz große Los, sie gerecht zu verteilen, pünktlich treu und mit Fleiß. Allgemein sehr wichtig, als Wertverlust ausgleich, Werte maßstabsgetreu und einsatzbereit, für ein wertvolles Leben. Für ein wertvolles Leben mit mehr Menschlichkeit.